Das sieht aus wie ein Geist. Ja, nur der Lenkeinstaller. Müsstest du gucken, ob wir den noch begrenzen künstlich. Obwohl, ist das maximal ein Schlag? Ist das Ende oder geht der ganz rum? Ist das noch mehr Zugtaufeln oder was anderes? Entschuldigung, ich mag sie auch. Soll ich euch eine Bank holen? Aber draußen am Feuer ist auch gemütlich. Wir machen gleich Maiskorn. Du siehst, da draußen auch voll zündet. Und das ist cool. Das prob ich mir gleich mal an. Geil, ne? Eine neue Innovation. Ja, ich hab nur genug davon.